Wenn im Winter definitiv keine kalte Füßwatch haben, dann bist du mit dem Label Icky Boots definitiv an der richtigen Adresse. Seit 2012 gibt es dieses neue Label. Und zwar ist das Leben gerufen von Cinzia Mark. Eine Italienerin aus Perugia, die seit Kindheit in der Schweiz lebt. Und eigentlich mit ihren zwei Söhnen, Alessio und Danilo, die Marke aufgebaut hat mit dem Namen Icky. Danilo hat das Leben gerufen. Er bedeutet eigentlich kalt in Inuit. Icky Boots sind Winter Boots. Und zwar Boots, die wirklich sehr, sehr warm geben, weil sie aus Lammfeld sind. Alles ist aus Lammfeld, der Innenfutter. Aber was macht sie speziell? Das ist ein Design. Da hat Cinzia alles gegeben mit ihren zwei Söhnen. Und es ist nicht gespart worden an lässige Einsätze. Wie zum Beispiel das eine, den ich jetzt ausgesucht habe. Es hat so wie Tweetmuster, es können auch mal Leder drin sein, Pelzli. Schleicht wegen gewissen Applikationen. Jeder Schuh hat seinen speziellen Aha-Effekt. Auch Farben, es gibt noch ganz, ganz verschiedene Farben. Und sie sind ja nicht nur berühmt in der Schweiz, sondern weit aus übers Land, bis auf Amerika. Der Schuh sorgt für Furore. Da hast du das Styling angesagt. Man darf sich mit diesen Schuhen wirklich austoben im Bereich Kombinationen. Ich finde jetzt zu diesem Stil, finde ich, habe ich nicht klassisch gehen, sondern eher verrückter. Trotz allem mit klassischen Elementen, wie zum Beispiel jetzt der Mantel, das ist eher sehr, sehr klassisch. Dafür ein Overall, der etwas frech ist, finde ich, passt perfekt dazu. Natürlich, die Jeans gaten immer rund um den Pulli. Aber ich finde jetzt diese Kombination mit etwas Accessoires passend, finde ich ideal. Die Grundlage von jedem Icky Schuh ist die Lampfell-Innen-Schuh, wo man natürlich dann umso mehr ohne Socken reingehen kann, finde ich super. Und natürlich eine patentierte Couchschaugsohle. Alles andere darum herum kreiert die Jeans ja immer wieder neu mit verschiedenen anderen Materialien. Aber das bleibt als Grundlage für jeden Schuh. Und ich habe jetzt gefunden, dass dieser Schuh, der für mich so eine Art und ein bisschen Chanel-Icky-Boot-Schuh-Look hat, habe ich gefunden, den ich so kombinieren kann. Ein bisschen mit cooler Jeans und auch wieder mit einem Longblazer. Und ich finde, das passt perfekt dazu. Das kreative Trio setzt sich keiner Grenze, wenn es um das Experimentieren geht von ihren Icky-Boots. Wie zum Beispiel den, den ich jetzt trage mit Pailletten. Es gibt diese Pailletten in ganz verschiedenen Farben. Allgemein gibt es Icky-Boots in ganz verschiedenen Farben. Und das finde ich schön, mal im Winter farbig dahin zu gehen. 60 bis 70 Design-Varianten werden pro Jahr erstellt, sorgfältig von Hand gemacht und in der Türkei hergestellt. Mein letzter Schuh ist eher ein bisschen Understatement, zeigt sich aber durch die Farbnuance wieder sehr speziell. Ich finde ihn wunderschön kombiniert und dafür ein bisschen frecher mit Lederhosen. Und das finde ich ja lässig. Man kann ja so Boots, die müssen ja nicht klassisch angelegt werden, sondern sie dürfen ruhig, ein bisschen kontrovers gestylt werden, so wie ich das jetzt mache. Und ich finde es super. Mit meiner Paar zusammen kannst du das eben auch anlegen. Nicht nur im Schnee raus, eben im Schnee kann man sie sehr gut anlegen. Die werden nämlich ja nass. Aber natürlich auch für die City einen perfekten Schuh, dass du immer schöne warme Füsse hast. Lederhosen Werbken Bis zum nächsten Mal.